Vielleicht vor ein paar Jahren waren wir jedes Jahr am Sonntag auf dem Stadtfest, dann hat es ein paar Mal nicht geklappt. Und jetzt dürfen wir schon zum zweiten Mal in Folge wieder bei euch sein. Deswegen nur einen Applaus für unsere Gastgeber, die das möglich machen, für RSA und das ganze Team. Es freut uns immer hierher zu kommen, gerade seitdem wir diese herrliche Autobahn haben, die A72, seitdem ist das quasi für uns um die Ecke. Also herrlich. Wir sind gerne bei euch und ihr seht es schon, das Wetter spielt auch mit, wie immer, wenn wir hier sind. Und deswegen lassen wir jetzt auch musikalisch die Sonne nochmal für euch aufgehen mit den Beach Boys. Und hier ist der Song, der nennt sich die California Girls.